Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen, würdest du das vielleicht für mich erledigen? Wir kümmern uns natürlich jetzt hier um den Typen. Hier, siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewahrt. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Ziel bestätigt. Der Shuttle kommt planmäßig an. Alle zum Einsatz. Weil wir jetzt geiler sind. Kampfstationen. Sie greifen an. Kampfstationen. Im Gange. Wir haben ein Problem, das nun. Bitte, die Gewalt ist... Äh, hör mal, ich... Alle zum Einsatz. Wir machen die so fertig. Die wissen gar nicht mehr, wie ihre Mutti ist. Koordinaten bestätigt. Waffensysteme bereit. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Ziel bestätigt. Selbstreparatur läuft. Im Gange. Jawohl. Bestätigt. Verstanden. Ja, ist klar. Die brauchen wir, die müssen wir unbedingt sammeln. Kampfstationen. sind unterwegs. Kampfstationen. Sie greifen ab. Hallo. Entladen abgeschlossen. Puh. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Ohne dich hätten diese Terroristen hier noch das Sagen. Volle Kraft voraus. Im Gange. Ja, so weit lasst du ja gar nicht erst kommen, weil wir geil sind. Alle zum Einsatz. Für mich das fette Schlachtschiff, weißt du. Kampfstationen. Sie greifen an. Ich kümmere mich um die Reparatur. Ziel bestätigt. Volle Kraft voraus. Finden Sie wertvolles Erzsandland, folgen Sie kreuzer mit Ihren Fahrzeugen. Achso. Koordinaten bestätigt. Jetzt muss er mir das sagen. Koordinaten bestätigt. Bereit für Einsatz. Volle Kraft voraus. Grünes Licht. Roger. Starte Nuklearrakete. Reparaturdrohnen gestartet. Im Gange. Waffensysteme bereit. Langes Starren auf dem Bildschirm stört Konzentrationen und zwischenmenschliche Beziehungen. Beides ist zur Leitung einer Megacorp erforderlich. Was? Bereit für Einsatz. Volle Kraft voraus. Neu. Waffensysteme bereit. Koordinaten bestätigt. Also jetzt ist er hier und heilt mich. Volle Kraft voraus. Das ist ziemlich nass. Das ist nicht so, ob der mich kennt, sei. Begleitet. Aber ich finde das schon ziemlich premium. Sind unterwegs. Sie haben diese Hitzköpfe ganz schön abgekühlt. Ja, wie geil bin ich. Keine Bewegung. Volle Kraft voraus. Was ist das denn? Petromischemikalien. Grünes Licht. Alle zum Einsatz. Kampfstationen. Das ist mir direkt weggefickt. Brauchen wir nicht. Im Gange. Nuclear Rakete abgefeuert. Von Nuclear Rakete was. Volle Kraft voraus. Are you serious, man? Koordinaten bestätigt. Wir werden... Wie wär's mit einem Feuerwerk? Sind unterwegs. Reparaturdrohnen gestartet. Sind unterwegs. Äh, hier wär's. Grünes Licht. Nuklear Rakete abgefeuert. Starte Nuklear Rakete. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Kampfstationen. Grünes Licht. Alle zum Einsatz. Sind unterwegs. Bestätigt. Lopedo abgefeuert. Waffensysteme bereit. Bin ziemlich still, weil ich mich hier auf irgendwie begeister. Ich weiß nicht wieso, aber... Volle Kraft voraus. Im Gange. Dieser geile EM-Puls. Feind. Koordinaten bestätigt. Alla. Meiner Meinung nach ist übrigens der Typ hier. Tausendmal wertvoller. Wie alles andere. Starte Nuklear Rakete. Wo wie sich das hält. Tönes Licht. Ein kleiner Ratter. Waffensysteme bereit. Und schon gehen die Lichter aus. Das hält nämlich übrigens übelst an Command Conquer. Ich weiß nicht wieso. Volle Kraft voraus. Roger. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Sehr nice. Grünes Licht. Reparatursysteme online. Führen Sie 100 Spezifikationen aus. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Jawohl, mein Freund. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. Koordinaten bestätigt. Mit dem Spass halt extrem viel von Treibstoff. Wir werden beschossen. Energieschilde aktiv. Verstanden. Feuer frei. Volle Kraft voraus. Ich habe weggefickt werden. Im Gange. Im Gange. Im Gange. Alles klar. Volle Kraft voraus. Kampfstationen. Energie auf Schilde umgeleitet. Grünes Licht. Energie auf Schilde umgeleitet. Da kommen Sie. Schiffsrumpf verstärkt. Feuer frei. Kein kinesischen Schilde. Feuer frei. Grünes Licht. Ziel bestätigt. Ziel bestätigt. Im Gange. Wie man nicht kalt machen. Aber ich muss immer noch den Rohstoffen aussuchen. Ich vergesse sie immer. Alle zum Einsatz. Da ist einer. Da war einer. Das Problem wird nicht wieder hochkommen. Gut gemacht. Jawohl. Torpedos, wie sie nicht einfach mal auf Land gehen. Verstanden. Feierlich ja schon etwas. Wie er sich mal ran portet. Schon etwas ne Loll. Feuer frei. Grünes Licht. War dann nicht nötig mitzufahren. Alle zum Einsatz. Sind unterwegs. Jetzt sind wir 100 Grasen. Das heißt, es wären genug, um... Bestätigt. Ähm... Das Ding auszubauen. Besser. Waffensysteme bereit. Energie auf Schilde umgeleitet. Wir werden beschossen. Reparaturdrohnen gestartet. Volle Kraft voraus. Nuklearrakete abgefeuert. Ziel bestätigt. So, da kann ich uns heilen. Alle zum Einsatz. Feuer frei. Geile Seeblockade mal hier. Ja, die fahren erstmal voll rein, diese Bobs, ey. Alle zum Einsatz. Alle zum Einsatz. Keine Bewegung. Warte auf den Knei. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Starte Nuklearraketen. Das waren nur Stahl und Beton. Und die Moral lässt sich nicht zerstören. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. Nuklearrakete abgefeuert. Wenig. Danke, dass du die Klimastabilisatoren für uns zurückerobert hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ja, warte. Ich bin noch nicht fertig mit denen. Bestätigt. Abgefeuert. Abgefeuert. Grünes Licht. So. Im Gange. Jetzt bin ich mit denen fertig. Ja. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Meinst du? Über den geilen Flair. Was kommt denn hier? Der Stinger. Achso, der andere. Rederrand Flair. Jawohl. Das war gute Arbeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.